Meine Zuschauer und ich haben in diesem Video das Black Ops 6 Event mit dem Iconic Finisher abgeschlossen. Man musste nur drei Missionen vervollständigen. Wie einfach das ging, ähm, seht ihr in diesem Video. Oh, hier sind welche, hier sind welche. Let's go. Okay, was müssen wir machen? Nachrichtenladen? Haben wir schon die erste Challenge. Let's go. Theo, siehst du das, was ich in meinen Händen hab? Äh, ja. Damit wirst du jetzt die Kille holen, alle, okay? Okay, okay, okay. Okay. Die erste Mission haben wir schon mal geschafft, let's go. Das wäre praktisch, wenn hier gleich noch jemand droppen würde, weil er auch hier gerne rein will. Okay, machst du erst ein Kilo, dann ich und dann Denji oder wie machen wir's? Ja. Unser nächstes Ziel ist die Military Base, okay? Äh, markier mal, markier mal. Okay, lass uns da... Ah, das schaffen wir diese Runde, glaube ich, nicht. Wo ist die Military Base? Warum schaffen wir's nicht? Okay, Planänderung, wir brauchen einen Auftrag. Machen wir. Wir müssen eine Keycard finden. Okay, 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 ich bin mal gespannt. Also eins von, wie viele Missionen sind es? Vier oder fünf Missionen? Ich weiß, hab's vergessen. Drei. Es... Hä? Wir fragen, was ist da gerade dein Plan? Was machen wir gerade? Warte, wir machen den Plünderungsauftrag, für was? Äh, wir müssen den Scavenger machen. Ja, warum machen wir's? Für eine Keycard. Für einen weitere Runde. Okay, okay, okay. Hä, bei mir... Bei mir wird's nicht angezeigt, wo das ist. Ich seh... Guck mal, ich hab ihn grad parkiert, aber warum ist der grau? Äh, ja, das ist komisch. Oh, nee, sag uns nicht, die trugelt. Ist verwackt, das muss verwackt sein. Ja, höchstwahrscheinlich. Ein Bug schon mal, Freunde. Let's fucking go. Wichtig, wirklich, richtig. Okay, äh, da der nicht funktioniert, müssen wir tatsächlich warten. Ja, lass abbrechen, oder? Lass abbrechen den Auftrag. Jemand, mit dem Akimbo killen, Firefox hatte ich gerade. Das heißt, Firefox muss erstmal einen Kill machen. Dann muss er sie uns droppen. Er soll ruhig pieken. Oh! Über uns, Jungs, über uns, über uns. Die sind über uns auf dem Dach. Oh mein Gott, wir spielen ja Ursexern. Hier gibt's ja einen Gulag. Das letzte Mal, wo ich Gulag-Win hatte. Gerade vor einem Monat, als die Map rauskam. Ich bin mal gespannt. Mein erster Gulag-Sieg oder Niederlage nach Wochenmonaten. Ich bin nicht aufgewärmt, aber ich gebe mein Bestes. Bro, man hat dir Panzerplatten? Wer es nichts macht, will man rausquitten und dann das nochmal machen? Meinst du? Ja, weil deswegen spielt Rebirth, weil man immer dann warten muss und den Leuten zuschauen muss. Ich weiß, das ist doch mega langweilig jetzt, oder? Ja, stimmt. Oh Mann, warum denn so traurig? Lässt mich nie hängen. Eins von drei haben wir geschafft. Wir müssen jetzt nur noch Daten für die Enttarnung des Maulwurst entdecken und erreichen Warson 1 Operator-Abschüsse mit einer alten Freundin. Alright. Wollen wir jetzt erst die Daten machen und dann gehen wir gleich hin Rebirth oder so rein? Ja, das ist es. Wir machen jetzt die Daten, Freunde, auf Osigstan, wir droppen da sofort hin. Dann gehen wir in Rebirth, Firefox nimmt die Waffe mit und dann machen wir alle damit Kills. Let's go. Das ist ein guter Plan. Na Theo, kennst du schon das neue Warzone-Auto, was dir letztes Update hinzugefügt haben, wovon keiner spricht? Ihhh, wie hässlich. Bro, natürlich spricht keiner darüber. Wie hässlich sieht mir das Auto aus? Das ist irgendeine Zusammenarbeit mit irgendeiner Firma, aber ich habe auch keine Ahnung. Naja, ein Strandbaggy oder was? Das sieht aus wie so ein Lego-Teil, was Held der Stein übertrieben hassen würde für 50 Euro. Dieses hässliche Auto gehört zerstört. Das hast du überlebt. Okay, wir haben den Foto von Adler, ja. Interagiert. Okay, okay, hier kriegen wir ein paar Mörserschläge, nice. Coole Waffen, okay, okay, ich habe eine Drohne. Ey, Jungs, die Drohne kommt. Ich weiß, wir brauchen aber den Auftrag über uns. Ist er hier versteckt? Sag uns, was müssen wir machen? Ne, ne, der ist oben auf der Map über uns, die Daten. Okay, warum sind wir hier reingegangen? Weil wir mit dem Poster interagieren mussten, das ist eines der Intel-Send. Wir werden es heute schaffen, werden wir das Event, Black Ops-Tax-Event, heute schaffen und den Finisher kriegen. Oh cool, ich bin gerade gedespawnt. Okay, dann, ähm. Oh, shit, Theo, du bist direkt bei unserem Data-Ding. Ich starte ein Upload, ich mache es. Okay, 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 Upload läuft. Ich muss mich schützen, Chad, ich muss mich schützen. Also, Form-Event, Freunde, oh, ich werde gesnipet. Sheepreak. Sheepreak, Jungs, ich werde von zwei Zeiten gesnipet. Tada, ich habe beide gesheepreakt. Ja, ich habe beide gesheepreakt, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen, wenn mich zwei Sniper snipen. Aber jetzt kommt ein Panzer-Kranker. Was? Oh, shit. Ach, deine Mutter liebt dich nicht, Mann. Sie liebt dich nicht. Ach, deine Mutter liebt dich nicht, Mann. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Alright, let's go. Ich glaube, hier ist jemand gelandet, Chad, wir schaffen es. Boah, jetzt haben wir unsere Ruhe. Jetzt checke ich, dass es einfach ist. Geil, Mann. Da, abgeschlossen. Drohne. Habt ihr eine Bunkerkarte? Da, schaut, seht ihr? Oh ja, nehmen sie mit. Chef, nehmen sie mit. Wer hat sie genommen von euch? Du hast sie. Aber ich. Hä, du hast sie noch. Jetzt noch. Danke. Let's go. Alright, Firefox, was ist jetzt, was ist der Plan? Ihr seht zum Beispiel, wenn wir in der Nähe von einem Bunker sind, kriegen wir so ein Fragezeichen. Das ist schon praktisch. Das müssen wir jetzt die ganze Zeit machen, bis wir die, äh, irgendwas gefunden haben. Halt in dem ist schon das Richtige. Und danach müssen wir gleich nur noch unten mal zur Villa gehen. Geil, geil. Warte mal, ich aktiviere Drohne, Jungs. Achtung. Okay, wir haben frei. Easy, easy. Sturmfrei, Freunde. Let's go. So, ihr wart wahrscheinlich nur noch nicht mal in dem Bunker. Der ist riesig. Geil, geil, geil. Oh, die Toren öffnen sich, Chad. Okay, sie sieht ein bisschen aus wie eine Psychiatrie hier. In jedem einzelnen Bunker. Oh, ja. Oh, ja, mei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oha, wie viele Bunker, tschüss. Oh, hier sind welche ganz da in der Nähe bei uns. Passt auf. Oh, nein. Da. Ich hör, ich hör. Ja. Aber über uns? Passt auf, die können, glaube ich, hier rein. Schockstab, die sind geschockt, die sind geschockt. Jungs, rein, rein, die sind geschockt. Die kommen, die pushen. Einer dauerlauf. Ich schieß drauf, ich schieß drauf. Was? Ich brenne, wie verbrennt. Okay. Hulag. Hulag, drittes Mal, verkange ich wieder zum dritten Mal. Ich bin ehrlich, ich habe davor noch nie Hulag verloren. Noch nie davon Hulag verloren. Jetzt verliere ich alle, auf einmal. Ey, Bro, hau rein. Bro, mach's gut. Du bist der Beste. So. Oh, die hatten sogar Lodi-Waffen. Alter, holy shit. Okay, wir müssen es jetzt schaffen, Freunde. Wir müssen es schaffen. Was ist jetzt der nächste Schritt? Es gibt noch etwas Besonderes in diesem Bunker, das müssen wir finden. Und zwar eine besondere Killstreak. Er hat nichts damit zu tun. Es wäre aber praktisch, wenn wir die hätten. Ja, okay, okay. Aber nicht, dass wir zu lange hier rumdaddeln. Hey, Leute. Hier ist noch mal eine... Ich glaube, das ist eine Sally. Ja. Oh, damit muss ich es kill machen? Oh, mein Gott. Chat, damit muss ich den Kill machen. Ich schaff das. Ich schaff das. Jungs, Jungs, vor uns, vor uns, vor uns. Lasst mich, lasst mich nicht übrig. Lasst, 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 lasst. Okay. Chat, werde ich mit Sally es schaffen, diesen Kill zu machen. Ja. Let's go. Hab ich's. Ja. Sie lässt mich nie hängen. Let's fucking go, Freunde. Zwei von drei in meine Bank. Wir werden von dem immer noch gesniped. Sorry. Hat jemand eine Rauchkanatte? Doch dann passiert es, Freunde. Die Mission war verbuggt. Es war uns nicht möglich, in diesem Stream, an diesem Tag, die Mission fertig zu machen. Okay, pass auf. Denji und Firefox, wenn Firefox mir das Bescheid gibt, machen wir es zu dritt wieder nochmal. Okay, und dann wenden wir es. Na klar. Jo. Gerne. Alright. Es wäre schön, wenn es heute noch wäre, aber... Boah, klappt mal. Als ob der ganze COD. Also, ich muss noch schnell was fixen. Du siehst, da oben ist ein U-Boot. Äh, ja. Da muss man reingehen. Hast du es markiert? Ja, ja. Da vorne, wo ich den Auftrag markiert habe. Okay, ja. Oh, ja, da ist es. Da siehst du es auch dahinter. Da ist es ja? Was müssen wir machen? Wir müssen in eine Luke reingehen, durch den Gang gehen, da ist ein Pinnbrett und darauf ist ein Foto. Das kann nur einer einsammeln. Dann müssen wir es beantworten. Warte. Schnell. Da ist es schon offen. Okay. Lass uns am besten Theo zuerst einsammeln. Den Jump nicht geschafft. Ich bin im Wasser, Jungs. GG ist well played. Jungs, wartet auf mich. Es wird ziemlich cool fürs YouTube-Video. Ich muss doch schwimmen. Ich bohiere. Ich habe es. Ich habe es. Warte, Jungs, ich komme gleich. Moment. Schützt das U-Boot mit eurem Leben. Okay, wo muss ich hin? Markiert. Nein, Theo, komm da unten, nach unten. Komm. Okay, ich komme. Ich komme. Let's go. Komm her. Komm her. Sammelt es ein. Foto nehmen. Foto genommen. Was jetzt? Was jetzt? Ich habe es auch. Das war es? Das war es. Das war es. Ich habe das Ding auch jetzt bekommen. Das war es. Das ist. Oh, wir haben uns nicht hingelegt. Wir haben Glück. Normalerweise landen hier ca. 20 Spieler und wollen das haben. Digga, ich dachte, wir müssen jetzt uns durch. Kämpf-Missionen machen. Äh, Sachen aktiviert. Digga, ich musste zu einer scheiß Tafel gehen. So einer scheiß Pinnwand. Ich habe gesagt, es geht einfach. Wir brauchen einfach nur Glück. Okay, Chatter, hatten wir wirklich Glück gehabt. Weil es hätten richtig viele hier landen können. GG's well played. Richtig strong. Alright. Das Event, Freunde, ist am Start. Und dann haben wir versucht, den Finisher einzusetzen. Das nicht immer so ganz gut geklappt hat. Wir haben mich gefinisht. Stabil, Theo. Okay, Theo. Ja, ja, lass mich. Gib mir den Freibett. Ja, ja, ja. Ich habe einen genockt. Nein, er heißt sich. Bringstum. Bring die Töte in den In-Game. Oh, ja. Meins, meins, meins. Oh, Baby. Da sehe ich mich, da sehe ich mich, da sehe ich mich. Warte, ich muss jetzt mal den... Ah, okay, der weint. Oh, mein Gott. Ich war zu langsam, ey, Mann. Hab ihn, hab ihn. Bro, er ist an der Wand. Ich kann ihn nicht finischen. Ach, Digga, ich könnte kotzen. Und dann kam der erste Finisher, den ich hinbekommen habe. Aber dann dachte sich mein Moderator, hey, ich abonniere es mal für 18 Monate. Nein, äh, hier bei... Ja, Finisher. Wo bin ich die Fresse? Let's fucking go. Ist das sexy, der beste Finisher, Freunde. Und hier nochmal den Finisher in geil. Hä, wo ist der hin? Der Bro ist nicht mehr hier drin, der ist weggerannt. Ja, ist vielleicht ein anderes Haus. Oh, oh. Was? Oh, oh, auf dem Dach finischen. Oh, im Rauch. Im Rauch. Und jetzt Finisher. Oh, oh, was ist das? Oh, oh, oh. Das macht so Spaß. Ich bin in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. Oh, girl on the line, should she feeling me? Preoccupied by the motivation. Putting in time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kind of nice. Inside of my mind, no one thrillers me.